Ja, servus liebe Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Wir befinden uns hier im Hachinger Sportpark und ihr befindet euch bei 1x1sport.de. Es geht heute im Allgemeinen um Trainingsgestaltung, Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Aufgaben eines Trainers, Aufgaben eines Jugendtrainers, wie kann ich einwirken auf den Spieler, wie soll ich einwirken auf unsere Spieler und dementsprechend dann die Spieler weiterzuentwickeln. Wir beginnen einfach mal mit den Aufgaben eines Jugendtrainers. Der Job des Jugendtrainers ist unglaublich komplex geworden. Wir sind nicht nur Menschen, die ihnen am Feld vielleicht das ein oder andere Sportliche beibringen, wir sind auch ganz wichtige Personen für unsere Spieler und für unsere Spielerinnen. Teilweise sehen wir die Spieler im Leistungsbereich, ich sehe meine Spieler teilweise öfter wie meine eigene Frau und dementsprechend auch entgegengesetzt sehen Spieler mich öfters wie ihre eigenen Eltern. Und dementsprechend sieht man schon die Wertigkeit der Bezugsperson Trainer und auch Eltern, wie sich das im Laufe des Zeits auch gewandelt hat mit der Intensivierung des Fußballsports. Dahingehend ist diese Aufgabe als Jugendtrainer auf gar keinen Fall zu unterschätzen, sehr sehr hoch anzurechnen und alle die gerade schon dabei sind, Jugendtrainer zu sein, werden merken, dass die Kinder einem unglaublich viel zurückgeben. Und auf der anderen Seite, die noch nicht dabei sind, denen kann ich nur einen Tipp geben. Versucht es mal, macht es mal, versucht organisatorisch da gut ranzugehen und dementsprechend den Jungs und den Kindern und den Mädchen auch sehr sehr viel Spaß zu vermitteln. Und dann bekommt er auch unglaublich viel zurück. Die Aufgaben des Trainers sind natürlich das Training an sich als wesentlicher Kern. Das heißt die Planung des Trainings, die Durchführung und danach auch die Auswertung. Gerade die Auswertung, sich mal kurz danach Gedanken zu machen, eine halbe Stunde vielleicht einen Zettel, vielleicht etwas organisatorisches mitnehmen. Einfach das kurz zu reflektieren, wie ist das Training gelaufen. Wenn man einen Betreuer hat oder einen Co-Trainer, wäre das sehr sehr gut, wenn man das kurz reflektiert. Was ist gut? Warum war es gut? Und was war weniger gut? Und warum war es heute mal nicht so ein tolles Training? Und wie kann man das auch wieder optimieren? Wir haben die Wettkampfbetreuung. Das heißt natürlich die langfristige Vorbereitung auf den Wettkampf über die Trainingswoche. Aber natürlich auch die kurzfristige am Wettkampftag über den Treffpunkt, über das Aufwärmen, über die Ansprache, über das Einwirken in der ersten Halbzeit. Dann die Halbzeitpause, sicherlich ein sehr sehr wichtiges Instrument für uns Trainer. Dann die zweite Hälfte und natürlich auch dann noch, was machen wir nach dem Spiel? Wie gehen wir wieder in die neue Woche rein? Ich habe die Beratung und die Betreuung schon zu Beginn angesprochen. Es ist ein sehr sehr hoher und sehr sehr großer Komplex, der da auf uns zukommt, was auch Erziehung der Spieler und der Spielerinnen anbetrifft. Wir haben auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Spieler, dass wir nicht nur auf dem Platz da sind, sondern auch immer mehr auch außerhalb. Somit wird das ganze natürlich, das Paket Jugendtrainer wird immer größer für uns, aber es wird auf der anderen Seite natürlich auch immer schöner, weil der Einfluss dementsprechend auch immer größer wird und wir können auch immer effektiver arbeiten. Wenn man sich die Spieler dann anschaut, muss man sehen, dass man sie versucht möglichst gut zu entwickeln, sowohl auf dem Platz als Sportler, aber natürlich auch als Mensch. Und natürlich gehört im Traineralltag immer mehr auch Öffentlichkeits- und Organisatorisches dabei, wie zum Beispiel Organisatorisches. Ich denke, wie kommunizieren wir gemeinsam Absagen, Zusagen, Treffpunkt, wie organisieren wir irgendwelche Events, wie organisieren wir Trainingslager und natürlich auch Sonstiges. Das denke ich, sind in ihrer eigenen Gewichtung immer abhängig von der jeweiligen Altersstruktur der Kinder und natürlich auch von dem jeweiligen Leistungsbereich. In dem ich arbeite, gibt es automatisch eine Gewichtigung der fünf verschiedenen Komponenten, aber natürlich hat auch jeder Trainer seine eigene Wertigkeit in diesen unterschiedlichen Faktoren. Beziehen sie endlich. VIRUS ıyorum air